Servus, ich bin's da an die Focomlaude Immobilier. Beim Homeblog stellen wir euch die schönsten Immobilien der Region vor. Diesmal haben wir eine Luxuswohnung in Bramberg direkt am Skilift. Die Wohnung hat drei Schlafzimmer, zwei Bäder. Eines der Highlights ist der Whirlpool im Atrium. Wir hoffen, das Video gefällt euch. Hinterlasst uns einen Kommentar, gefällt mir und abonniert unseren Channel. Viel Spaß beim Schauen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.